Ja gut, dann denke ich mal, wir machen ein bisschen Kingdom Hearts weiter. Ne, haben wir gestern Nacht gespielt, heute Morgen Nacht beziehungsweise. Wir können das Geld noch weitermachen. Nya, nya, nya! Ach, game, Süße, also. Wir müssen doch ein bisschen alt genug gehen, oder? So, Spiel an. Nya, nya! So, let's go. Ich was Cutes sehe. Was siehst du denn, Anime-Fan? Was siehst du denn, Süßer? Hm. So, wir laden das Spiel. Wir sind schon 15 Stunden im Spiel drin. Es kam mir länger vor eigentlich. Kann auch daran liegen, weil ich es halt zweimal spielen musste, passt. Aber wir machen weiter. Nicht mein Obercute. Ja, du siehst sie. Du bist auch ein Süßchen. Die Frage ist jetzt, wie geht's dahin jetzt nicht zum Ende schon? Kairi, wo sind Sie? Sch, remember where we are. Das ist der Strafzettel. Rose, wo ist es denn? Beide auf, wenn wir mit der Strafzettel haben. Und ich weiß, wie es kurz vor dem Ende aussah. Ja, genau so. Am Ende kommt auch so ein paar die Bosse von diesen Kapuzen-Trägern zum Fahr. Dankeschön, Simon. Vielen Dank. 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 Alle, der lehren irgendwas. Ich erinnere mich hier dran. Ein bisschen, ein bisschen, aber nur ein bisschen, glaube ich. Sora, du hast es gut gemacht. Wo ist Kairi? Wer weiß, ich erwarte, sie hat ihre Freundin aus der Dunkelheit gekauft. Was meinst du? Sie braucht nicht mehr. Ich muss das glauben, dass ich das glaube? Ja, du musst nicht. Aber du kannst dir glauben, dass die Organisation 13 nichts mehr für dich hat. Schau mal da, unsere Kingdom Hearts. Dankeschön zu dir, wir haben viele Hörer. Kannst du sie hören, ihre Euphorie? Ach komm, als ob diese paar Viecher mit töten könnten. Hey Toi Toi, Nadu! Und... Das ist ein schönes. Das ist wirklich Riku, ne? Stimmt. Das Schwertig ist nämlich das gleiche, glaube ich. Well, well. Die Intrusionen werden nie enden. Noch mehr Eindringen, genau. Boah, ich klappe gleich um, hier ist scheiße schwindelig. Leute, was ist denn los mit dir eigentlich? Hast du eine Krankheit oder so? Warum ist das so? Vielleicht sollten wir ihn, äh, acquiren? Well, das Setup ist ziemlich schön, ich denke. Aber was ist mit dem Heartless? Oh, das In-Between-World, ist sehr nahe zu der Dunkelheit. Sie werden uns nicht hier hören. Was ist mit dem Heartless? Ja! Da ist der Mickey! Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ach, er! Der Roxas Kidnapper oder was auch immer. Nee, oder? Ich glaub, mach mir mal ein Essen. Zit da schon rum, weil ich noch nicht gegessen habe. Also, geh ich mal, bevor ich noch drauf... Ja, genau, ist was, Leute. Esst was und trinkt genug, okay? Ist das alles? Ich werde nicht sagen, dass es mehr gibt. Ich bin... ... mit den Gedanken von Revenge. Meine Apprenten haben alles, was mir wert ist. Meine Forschung... ... und meine Sprache. Ich kann dir nicht helfen, mit Revenge. Ich weiß. Riku hat mich ein Tausend Mal gesagt. Woher ist er? Er muss mit seinen Freunden sein. Riku war eine große Hilfe für mich. Ich habe ihn wandelt in der Dunkelheit. Nachdem du und er haben uns verstanden. Oh Gott! Wir haben uns nicht verstanden. Riku hat... ... also, weil Xehanort's Heartless noch in seinem Geheimnis hat ihn noch. Und er muss sicher sein. Aber was ich nicht verstehe, ist warum er so jetzt sieht, wenn er noch Riku ist. ... 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 Anime-Fan? Seid ihr da? Zora, was ist passiert? Ein neues Weg ist öfter. Was habt ihr mitgebracht? Gibt es irgendjemanden, der nicht mitmacht? Ich werde es nicht tun. Wenn du dich sagst und gehst. Das ist richtig. 1, 2, 3, 4 Even though we're hitting the road, our worlds are all connected. Which means, we are free to come and go. And slow. So don't be sad and always know, we'll come back soon to say hello. Okay, ja gut. Dann lassen wir's ganz sein, Leute. Dann lassen wir's ganz sein. Ähm. Hat keinen Sinn. Dann machen wir lieber Samstags Community-Abend. So mit Spielen. Ähm. Wie ich aussuche. Solche Golfe. Golfe für Friends. Und vielleicht andere Spiele noch. Es fällt zu oft aus an die mir Fan. Nein, 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 nein. Nicht God of War, nein. Es fällt dann zu oft aus, Leute. Dann lassen wir's ganz sein. Wenn jemand Bock hat, dann spielen wir's privat mal. Aber sonst, ähm. Oh, real kommt losbekommen. Eins von 13. Wow. Dann, dann. Ja. Die fegst du mal nicht. Dann lassen wir's ganz sein, Leute. Bis dann halt so. Da bin ich ja Bock drauf. Äh, komm dann gehen wir weiter. Die Welt, die niemals war. Ja. dann spiele ich das hat die warte hatte lust ja ich weiß nicht also eigentlich macht glaube ich gar nicht damit bin doch am überlegen nach am überlegen also engl ist ja gar nicht damit machen also ist der einzige der nicht mit macht oder sind die anderen mit dabei er hat an ihm gefällt gibt es noch irgendjemand anderes der mitmachen wollte nicht mitmacht wolfie das dami und sowas alle löffli sag mal hast du alle gebracht ja komm doch ich mach dich kalt das war ja nicht der auftrag vorher bitte mal fragen was i game alle alle haben eigentlich ja geschrieben ja dann bist du auf angie oder wie alle bist auf angie ja gut angie machst du damit auch nicht machst du dann nicht mit oder wie der mark macht zu 6 2 das geht auch okay wenn angie nicht will machen wir zu 6 ok dann machen wir ab jetzt mit nur zu sechs wenn angie nicht will ok ok dann machen wir es doch noch wenn angie dann dauerhaft raus ist dann machen wir es ohne ihn außer angie du entscheidest dich um dann machen wir es um 21 uhr so not j ja ja komm doch komm doch sag allen bescheid wir machen es wächst weiter dann ist Angie halt wenn Angie nicht mehr mitmachen will ist okay 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 ja Hashtag, Hallöchen, wie geht's dir? Na du? 21 Euro, ja. Ist okay, dann machen wir's. Ist doch knapp, Leute. Jetzt lasst mich aber nicht Pumbo-Buffen. A challenge, is it? Do you know who? A challenge, is it? Don't squander your time. Look who's on top of the game. Heal! Statter! Yes, yeah. Come on. Hold. Hold. Fight. Soran. Aber sei nichts Bild auf Engl. Ich bin nicht Bild auf dich. Ich hab ja gesagt, ihr könnt ausdrehen, wenn ihr wollt, wenn ihr einfach gemerkt habt. Ist okay, Angie. Ähm, nur halt immer ausfallen ist immer scheiße, deswegen machen wir's einfach jetzt zu sechs weiter. Ist okay. Ja. 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 Ja, komm. Dann machen wir's, dann machen wir's, wieder kommt. Wir hatten zwei Tage, wenige schlafen, sehr wenig mit Körper. Such die ganze Zeit zu pennen. Gehen aber einfach wegen Arbeit und meinem Geist abhalten. Kein Bock. Ach nee, oder? Hashtag, ich hoffe, du kannst mal einschlafen, weil du schlafen ist super wichtig, okay? Magnetelement! Ich bin zu 100% jetzt mit dem Nya-Virus infiziert. Nya-Nya-Nya! Nya-Nya es ist ja auch ein Fröhlichesionesin쳐zinein, ne? Wir haben ihn besiegt, das war kein Problem. Ich meine dieser… ähm… Hyper Hyper Typ aus der Disco… Ähm… Hyper Hyper, wie auch immer der Heist, äh… Ich habe vergessen, der sieht's genauso aus. Das ist Sora! Wir machen wir fertig. Hyper Hyper Was ist zwei Braten? Sie sind so süß. Zeugnis der Existenz. Hashtag trädter Proben. ich mich doch ein jahr vergessen let's go only you could have made it this far in one piece roxas that's really getting old a three also come do come do come do he's going to be gone but right he's going to be gone he's gone he's gone ich wollte eigentlich die andere Form haben, aber geil Bam einfach ist unfair, kann ich mit Krieg gehen? Ja, das ist das ganze Zeug, ne? Er kann gar nichts Komm doch Und weg mit dir, bang Ja, das kann ich überhaupt nicht Das macht die Orgelin jetzt nur 13 sein, was denn hier alles hier verpasst, äh komische Schwächlinge hier Ja, let's go Hier genau, der Gerhard Ach verdammt Der Gerhard unterstützt sich, du hast unsere Liebe Hat dich auch lieb Danke, ich gebe dir Schützung Bleibt euch Schaffig, bleibt euch Schaffig Oh nein, die ist schon wieder leer Okay Maximum OP, Maximum OP, tragbare Items Was? Easy Was solltet ihr eigentlich machen? Warum? Kingdom Hearts Wo ist mein Herz? Ja 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 Doch bist du Ja 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 Du hast ihn mit meiner Fähigkeit erwischt Ja 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 Ich bin sehr effektiv gewesen Sehr effektiv gewesen Ach dann hat Roxas doch verloren Also Rico hat gewonnen Wäre ja komisch gewesen, wenn Roxas gewinnen würde Oder 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 Ja okay Er hat sein Schwert jetzt, sein Schwert jetzt genommen Komm schon, Zora Ich dachte, dass du stärker bist als das Huh? Geh real Look, welcher von uns ist gewinnen So, es ist wahr Du bist wirklich Du bist wirklich seine nobody Ich glaube, Diz war richtig Was bist du? Ich bin ich Ich bin ich Niemand Niemand Ja okay בהelift Ja okay Das ist einfach nicht anscheinend Okay, okay Ich weiß Du hast mich nie andere wählen Was? Ich muss die Potenziale in meinem Herz Die naschweine Die nüchste Potenziale oder was ich zurückgebe. Selbst wenn es mich immer wieder verändert. Okay, okay. So, he could feel Sora, who he told you how he felt today. Ridiculous. And nobody cannot feel anything. If he had met Sora, things might have been different. Maybe I didn't need to fight him after all. I think left the organization because he really wanted to meet you. Roxas. I wish I could meet him too. What are you doing? Trust me, right? He is in your heart too. Alright, let's go. Let's go, guys. Let's go. Ah, no energy anymore. Lots of data. Handsome? I am a fool. I spent years studying the workings of the heart. Yet it seems I still haven't learned a thing. What do you mean? The process of encoding hearts is incalculable. The inhabitants of my Twilight Town were data created from real hearts. I was convinced that they would think and behave the way I had envisioned. But I couldn't have been more wrong. A heart is so much more than any system. I saw it when Roxas and Kyrie crossed paths. I knew that I was too stubborn to accept it. It's always the same. I try to wrap my mind around things my heart already knows. Only to fail. While I was trying to bring Sora back, I had so many plans in store. But once Sora was an acting force, they fell apart. All my research amounted to nothing compared with that one boy's heart. Handsome, I'm ashamed. All the more proof that hearts cannot be contained by data. Run, my friend. Is going to self-destruct. And anything could happen. What? Your majesty! Sora, the rest is up to you. And Roxas, I doubt you can hear me. But I am sorry. Handsome! My heart is telling me what I must do. Please allow me to do what it says. No! Riku! His heart's decided. We can't change that. I was wondering who would dare interfere with my kingdom hearts. And look. Here you all are. How convenient for me. Anson the wise. You look pathetic. Have your love. I deserve as much for failing to see you for the fool you are. Students do take after their teachers. Only a fool would be your apprentice. After all. Loshi, Dadati! Mwah! I don't know what happened without you. You are the source of all heartless. It was your research that inspired me to go further than you ever dared. I admit. My disregard brought chaos to more worlds than one. But what is you seeking? What have you eaten? You erased me from the world. Only to take my name and continue research that I left forgotten. Is this the answer you been looking for? All that and more. And I'm creating a brand new world. One heart at a time. I thought you'd praise me. But all you ever do is hold me back. I understand though. Unlike me. You have a heart. And you're powerless to control it. Consumed by the jealousy you feel. For the student who surpassed you. Xehanort. Foolish apprentice of a foolish man. You have surpassed nothing. You have surpassed nothing. Only to prove how little we bought it. We may profess to know the heart. But its essence is beyond our reach. We're both ignorant. As oblivious as when we began. I'm afraid. That any world you try to create. Any world of yours. Would be an empire of ignorance. That is why you and your creation. Are destined to fall. We've said enough. Rico you know what to do. King Mickey my friend. Forgive me. Farewell. I cannot fear that. Come here. I cannot fear him what you need. I cannot fear him. I cannot fear him. I cannot fear anyone. Might fear him not fear my freedom. I cannot fear me. assistance. Oh man, da passiert so viel Zeug, ne, Leute? Oh, die Herzen kommen runter. Ach, du Heilige. Überall kommen Herzenlose runter. Oh je. Ich finde es geil, wie die, wie die, wie die da rumbacken. Das sieht nicht lustig aus. Riku. Riku ist normal aus. Riku. Wow. Riku. Riku. Ansem sagte, dass irgendwas passieren könnte. Warum hat er eigentlich eine Augenklappe an, also ein Band, ist er blind? Riku. Riku. Are you going to take that off? Oh. Soviert. Was war das? 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 Ich bin. Riku, komm mal, Mann. Warum hast du so viel gemacht? Was war das? Du hast Freunde, wie uns. Wir sind bei 55 Stunden angekommen, Leute. Ich bin jetzt 55 Stunden live. Hast du es vergessen? Ich werde dir sagen, warum. Ich bin ein totaler Typ, wie du. Ich sage das wieder. Wir sind jetzt bald zwei. Was müssen wir tun, Riku? Wir müssen Xemnas zu schützen. Er ist die letzte Organisation. Genau. Komm mal. Ich streame übrigens jetzt 72 Stunden. Wir sind ja jetzt drüber für 42 Euro. Und das heißt, ich streame die ganzen 72 Stunden. Das heißt, ich bin online bis morgen. 12 Uhr. Und. Ich glaube, ich mache so einen. Ähm. Fünf Stunden Powerandap in der Nacht. Dann werde ich morgens noch ein bisschen online. Und dann. Geht's in die. Dann hör mal auf. Also wir haben Riku dabei. Wir haben einfach Riku dabei. Drei Stärke. Eieiei. Ich gebe dir mal ein paar Sachen hier. Ein bisschen was. Ich habe geklappt. Ich suche, Alter. Das ist ja das Beste. Bam, bam, bam. Das ist es. Dunkle Aura. Perfekt. So. Ich werde nicht mal mit Riku stehen hier. Riku ist im Team, Leute. Ich glaube, auch in der Schwäche ist das gut, glaube ich. Denke ich mal. Er ist nicht dabei. Ja, komm. Schlag mich ruhig. Du machst dir keinen Schaden. Aber Really. Das ist es. Das ist es. Ich versuche das mal. Bum. Dort. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Kingdom Hearts wird mein Zornos. Sehr schick, sehr schick. Backoff! 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 Huiiii! Ganz viel EXP! Ja ja! Hau uns jetzt nur wegen halber HP nur! Hau! 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 Ich mach dich kaputt! Und bam! Weiß wieder Level Up! Sehr schick, sehr schick! Hau! 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 Wann merkt man, dass es zum Ende geht, ne? die Welten, die sieht immer so aus. Oh, dann wegfällt die jetzt. BAM! Dann haben wir doch bald ein Nummer 2 in gespielt, denke ich mal. Das bleibt allein, geht sich nicht mehr. Denk doch mal, ich kann mich jetzt irren. Wir sind jetzt einfach in der Mitte, aber ich glaub's ja nicht. So eben ein Gegner. Für die EXP Angriff hat... Angriffskraft, jawohl! Ich liebe Angriffskraft. Gibt mir Annie eine Angriffskraft. Ich habe alle Kategorien gelegt. BOOM! Ah, da haben wir nicht weggegeben. Das ist mein Leuch. Ich habe alle Kategorien gelegt. Aua! Das tut doch weh. Also wir streamen noch, ähm... 72... 15... 15... 17 Stunden. Aber 17 Stunden? Was ist denn? 12... Ja, kommt hin, kommt hin, ja. Bis 2 Uhr morgens, ne? Ja, ja. Aber 22... Osei... 8 Stunden. Und das ist, menswir. Ja, der ist, mensere Standing. Es muss zur разработ ist, da Matrix ridiculously Tallness Total. Was braucht gar nichts gehört? Einer! Also supplements. Und das war das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist ein bisschen falsch, dass es Dunkelheit gibt, nur wenn es Licht gibt. Wenn irgendwann mal alle Sonnen tot sehen, gibt es ja auch Dunkelheit ohne Licht. Es gibt nur Schatten ohne Licht. Ja? Ja? Ja. Ja, du bist nicht so gut. Ja. 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 Halt! Guck! This is it! Hop! Use MP! Where are you? I'm here. We have a look, guys. Sora, answer me! You're okay! Where's Xemnas? Hear me, Captain. Ah, he had come the right again, boss. It seems we must begin anew. Ah, but know this. I will give to you as many hearts as it takes. Mark my words. You can no more be complete without me than I without you. Heed me, Kingdom Hearts. Lend me your power so that we may be complete. The power to erase the fools that hinder us. Xemnas, help! Hearts quivering with hatred. Xemnas, don't! Hearts quivering with rage. They got him, but that's where they can't. Hearts scarred by envy. That fool Ansem said the heart's true nature was beyond his understanding. But it's not beyond mine. Hearts are the source of all power. Xemnas, you can't hide from us. We're not gonna let him get away now. Yeah, let's go. What's that? What's going on? Kingdom Hearts. Let's go. Xemnas must be inside. The worlds gave us this doorway. They want us to be the guardians of their destiny. Once we go through, there's no turning back. It's victory. Or oblivion. So, Sora. Are you ready? Are you ready to take off? Geheimer Ansembericht 13. Geheimer Ansembericht 13. Hinter dieser Tür liegt der Anfang vom Ende eurer Reise. Wir haben nur eine Sache zu erledigen. Und das sind die Spiele in Olymp. Und die zwei Sachen bei Blylite. War man. Ne, bei H2Ö. Bei H2Ö. Oder Mal. Bei H2Ö. H2Ö. Wie findest du den Bespien? Ah, ach so der andere Keyhole ist quasi Winnie Pooh und das andere ist die 100 Acker, Wut und Space, Paranoids, Wollen wir mal reingehen? Ja da brauche ich alle Pages Ah ok da muss man noch mehr Sachen machen aber ich denke wir hätten es einfach hier Ich fühle mich alt, was ist denn los? Warum fühlst du dich alte süßer? Wie geht es zu Ende? Warum fühlst du dich alt so süßer? Let's go Leute Kingdom Hearts 3 werde ich dann auch spielen, ist ja klar Ich bin bereit, Xemnas, alles hier endet Also, es scheint, dass dein Herz hat dich auf die Verkaufung gebracht Vielleicht ist es kein Herz zu bezig zu sein Ja, warte nur ab, bis wir dich haben. Ich muss sicher sein und das erinnern. Oha, so viele Leute im Call, geil. Dann viel Spaß dort und ich bin morgen auch wieder dabei. Da hinten sogar Gegner, Leute, die müssen weglaschen. Die sind riesenvieh. Dann gibt es mir die Apex Angie gemacht. So süß sie du, oh mein Gott Angie. Ach mal, Leute. Dinamata und Xbox waren echt tolles Game. Eines der besten Square Enix Games, die es gibt. Ist auch Story-Wise und Gameplay-Wise und alles. Die hat ganz schön welken und sowas. Ist einfach supi. Da kann man nicht reden sagen. Und Kinomax 3 habe ich noch nie gespielt. Ich weiß nicht, Captain Jack Stone nochmal vorkommt. Mehr weiß ich aber nicht. Ich habe lieber keinen lugares. Eines ist auch ein Kee-Beyte. Ich habe auch keinen Kee-Beyte. Wer weiß ich nicht. Ich habe das aber nichtlaughing. Ich habe die Kee-Beyte. Ich habe einen Kee-Beyte. Wo hast du den Ansourd-Kee. Oah, Knappel. Bam, bam. Bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. This is it. So he over QG. Äh, lieber alt als Kyle. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, richtig so, genau. Ich knacke dieses Jahr die 30. Ja, ist doch cool. Ne? Ich sag mal so, vor der 40, sogar vor der 50 ist sogar noch. Vor der 50 ist noch alles okay, ne? Und ab da geht es in Waffix. Es sind ja noch mehr rund als vorher, eh schon. Ich mach mal, mein Vater 60. Und ähm, der ist noch fit, ne? Ja, ja, ja. 30 knackens alt. Ja, mit 30 kann man schon relativ, ähm, kann man schon sagen, wie schon älter ist, ne? Ähm, ist ja schon so gesehen, fast nicht Hälfte des Lebens. Ja, das kann man schon so sagen. Aber, dann fängt das Leben jetzt wirklich an, eigentlich. Ja. Und ihr müsst auch immer daran denken, genug Reichzeit, Reichzeit zu haben, ja? Und nicht zu viel, ähm, Arbeit zu haben. Das ist ja wichtig. Ich hab dann die Hälfte des Lebens gearbeitet. Ja, ich mein, Arbeit ist sowieso fit, fit zu viel, find ich auch. Ja. Ja, ja, geil, sondern wir müssen yi depuis aufgenommen. weg mit euch und dieser dingang greift los wunderbar nächste welle da habt dann die hälfte Ja, genau. Yo, was bist du denn für ein Finfinco, Naini? Ich klatsch nicht weg. Ja, ja, kannst du machen, was du willst, macht mir auch nicht keinen Schaden. Ich habe so viel Verteidigung, Leute. What the fuck ist gerade passiert? Wir haben so viel Verteidigung, Leute. Tot. Mach dich nicht ein, als dein Heißregier, muss ich gesundheitliche Probleme haben. Ich gehe nicht ab, aber mindestens vier am Tag aus dem Fernseher schauen, Leute beobachten. Ja, genau, nein, genau. Das heißt das. Man ist erst alt, wenn man aus dem Fenster Leute beobachtet. Ja, genau. Das stundenlang. Genau so, genau so. Und weg mit dir! Was du brauchst, ist ein Herz. Richtig, es gibt auch die Liebe, ist das Spiel vorbei, also der Boss geht bei Kinomath 1 deutlich schwerer. Aber es ist schön, dass alle zusammen sind. Ich frage mich echt, wie Kinomath 3 wird, weil es haben wir doch alle zusammen, ne? Ich habe in die Dunkelheit gegeben. Riku! Wie werde ich alle face? Wie das? Ja, du hast die Kraft nicht mehr. Ja, siehst du, du gehst noch nicht mehr hin, du bist einer von uns. Nami, 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 Nami. Ich frage mich! Ich frage mich! Ich frage mich! Danke, Nami. Ich frage mich, Nami. Ich frage mich, wie wir uns gegründet haben. Wie wir uns gegründet haben. Wie wir uns gegründet haben. Sie sagten, wir beginnen. Aber wenn wir das gemacht haben, können wir uns nicht kennen. Wir haben uns gegründet. Nami. Ich habe das gemacht, nicht? Aber ich wusste dich. Hm. Es ist wunderschön. Ich sehe mich besser. Die Story ist viel geiler. Das Kampf ist besser. Und du siehst du dir selbst, wie du siehst. Man stirbt öfter. Aber Kinomath 3 kenne ich ja noch nicht so wirklich. Deswegen sage ich es danach nochmal. Aber Kinomath 2 ist, glaube ich, ungeschlagen. Wir können uns wieder zusammen sein. Aber Kinomath 3 habe ich nie gespielt, deswegen. Danke, Pferd. Ja, und heiraten am besten gleich. Weißt du, ich acker mich hier ab, mehrere Stunden, so 40 Stunden oder 50 insgesamt, dass sie zusammen sein können. Jetzt müssen die auch heiraten. Hm. Schau scharf. Du bist soft. Ich bin nicht soft. Ich bin, ich bin, ich bin sehr soft. Hey, wir gehen nach Hause. Riku? Komm schon, ja. Sora, Riku! Ey, nicht schon wieder. Oh Gott. Ey, Leute. Quatsch doch da hinten weiter, mein Mann. Ah, nee. Ich sehe schon den dritten Teilturm. Findet Kairi doch mal. Findet Kairi 2.0. Drei Punkte besser gesagt. Äh, Moment. Das ist, das gäbe ich's noch nicht vorbei. Lugia. Beut auf uns zu. Sieht so aus, ja? Sora. Let's go. Es ist noch gar nichts vorbei. Riku! Das letzte Gefecht. Also wir reagieren Schick mit Leia. Okay. Tschüss. Ja. 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 Ein bisschenhäfer rein. Das ist so komisch. Ja. W popcorn für mich. Ich voy jetzt wieder in die erste Phase. Mega laser. Ja, ich glaub mich. Ich glaub der war unwissig. Egal. aua wir sehen uns doch alles raus mega laser ich stelle einfach alle tasten leute ich mache es nicht mehr als alles fählen nja let's go mega super laser weg mit dir als nächstes kommt ein kopf zu rasten ein kleiner laser noch keine lebenszeit vielleicht sollte ich jetzt mal warten die lebenszeit wieder aus ah jetzt wir einfach in die fügel gestützt werden aha fliegschädel mega laser rettet ihr das war flügel nummer eins wie er noch fliegen kann keine ahnung spätestens jetzt spätestens jetzt sollte er wissen weil ich bin so ein leg ich hole lieber ab aber er bleibt und möchte sterben die mega lebe ich auch ich bin batman hallo so lebe geht es dir batman hm geht es dir batman ok es war schon ja ok es war schon ich musste einen langen ja mir geht es auch gut dann muss ich nachschreiben doch die batman ist einfach das ist eineline Ich bin Batman. Ja ja genau. Ein Schwart hat doch Bési, ein Wolf kommt wieder heraus. Mir kann es zurück nie kommen. Once this is over, you can thank her all you want. Yeah! Oh ich nicht, ich mache ich Klatschen einfach. Weg mit dir! Ah parfa. Ah war! Heyjakai Wie soll ich denn da hinkommen wieder? Okay, so. Wunderbar. Ja, hier lang. Hier, perfekt. Wunderbar, wunderbar. Ich komme. Moment, hä? Ach, ich muss die Dinger nehmen und die drauf schleudern. Okay, verstehe. Verstehe, verstehe. Bam! Bam! Echt, Kombo. Ich hätte gesagt, mal, ich sage von eins bis neun, äh, acht. Ey, was? Chatisch, also, wenn jemand einen Tweet hat, gerne Bescheid sagen. Okay, langsam muss ich, frag mir mal einen Tweet. Chatisch im Tweet, ne? Wenn irgendjemand weiß, was ich tweeten soll, dann gerne Bescheid geben. Wechsel ja, wenn jemand einen Tweet hat, sagen wir mal einen Tweet. Arr�isch! мог das nicht ein Tweet hat. Es ist egal. Wir uns nicht wechseln, wenn jemand einen Tweet hat es ist. Oh, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ja, und was kam raus? Der Fall ist der Fall. na 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 Hambo Machen wir alle ich das Leute Dir mal da gerade zeigen wo der Meister ist Oh Gott! Oh Mann, oh Mann! Na nicht die, was soll ich? Nein Mann! Dankeschön. Du, kurz was essen, lecker Sandwich. Oh, lecker Sandwich, Kauß, lecker, lecker. Du mit Käse und Salami. Oh, lecker, lecker. Mit, 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 mit Chester Käse. Hauskäse. Stehen dir. Was ist aber nun mit Ruhe heute? Das machen wir mit 21 Uhr heute, okay? Ich dachte, dir wurde Bescheid gegeben. Ich habe doch gesagt, wenn alle Bescheid sagen, dass es 21 Uhr machen soll. Es geht auch immer weiter. Ihr sollt alle Bescheid geben. 21 Uhr. Wir sind aber nur sechsten nur noch, ne? Ähnliche macht nicht mehr mit, leider. Aber zu sechs geht es ja auch. Anger und Hass sind supreme. Wir gehen zusammen. Wir haben in die Kuppe gezogen. Wir haben in die Kuppe nicht alle rein. Aber stört nicht. Wir gehen hier rein. Leck zu der Boss, Leute. weg mit dir Junge, ich hab's machen ich bin zu planlos, ja. Ich treffe mal hier in Privat dann weil, genau deswegen wo ist doch da okay, das ist ja nicht mehr Dix, geh auf die zwei hier überall die ganzen mann ich war doch schon dran oh der wix ne nja nja uhu ja war nico nja 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 Okay. Den haben wir jetzt. Hallo, ich habe ihn besiegt. Warum ist das okay hier? Hey 2, how are you doing? Ich habe ihn noch besiegt. Alle geschrieben. Wunderbar. Das freut mich. Danke, aber ich habe den Drinks zurück. Da gebe ich die Ecke, süßer. Da gebe ich die Teich- 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 Teich. Und schließt ihn wieder einen weg, diesen bösen, bösen Schatten. Ja! Do I fly the blues? Oh, yes. Bis zur Firma weg. Wir haben es geschafft! Ich werde das nicht sicher sein. Ich werde das nicht sicher sein. Ich werde das nicht sicher sein. Es ist nicht vorbei. Es ist einfach nicht. Wie kannst du das sagen? Selbst wenn wir weitergehen können. Schau, wo wir sind. Oh, komm mal, Riku. Du hattest in der Dunkelheit zu lange. Du musst versuchen, positiv zu denken. Es gibt bestimmt irgendwo so einen Speicherpunkt, der kann er rauspforten. Easy. Du leidest. Got it. Das war ja auch eine Zeit lang so als Kind. Mittlerweile kann aber Sora besser sein, seine Sachen besser. Mhm. Mhm. Oh, wo sind wir jetzt? Oh, wir sind hier. Okay. Okay. Die ZA in die 20.000 Punkte gewonnen. Nice. Die Z, die Z. Die Welt ist perfekt für mich. Wenn das wirklich ist, wenn das wirklich ist, wenn das wirklich ist, wenn das wirklich ist, dann vielleicht muss ich zurück in die Dunkelheit sein. Riku. Wenn das Welt ist von Licht und Dunkelheit, dann werden wir die Dunkelheit. Ja. Ja. Die andere Seite. Der Welt der Licht ist sicher. Kyrie, der König und die anderen sind da. Ja. Und ihr zwei seid in der Dunkelheit. Hey, Sora. Könnt ihr mich helfen? Ich will nach dem Wasser gehen. Oh man. Was passiert denn jetzt? Stirbt er jetzt? Bin er viel zu traurig, oder nicht? Was ich gesagt hat da... ...über... ...de... ...durch... ...de ich besser mit Sachen als du? Mhm. ...de ich dir die Wahrheit, Sora. Ich bin sehr glücklich von dir. Was für? Ich wünschte, dass ich eine Lebenszeit wie du machen kann. Nur folgenden mein Herz. Ja, ich habe auch meine Probleme. Wie was? Wie, ich möchte dich wie du sein. Hm. Was? Es gibt eine Vorteile zu sein, ich zu sein. Etwas, was du niemals imitieren kannst. Echt? Was ist das? Ich habe dich für einen Freund. Ja, süß. Ja. Wir sind bei 56 Stunden, Leute. Du hast ihn gegründet. Du hast ihn gegründet. Ich komme wieder. Ich bin seltsam. Ich gehe jetzt nicht. Was? Plötzlich andere Grafik. Oh, the brief come on for you. Destiny. Light. The door to light. We'll go together. Yeah. Oh, thank you for getting this. Sora! Riku! Mwah! We live on our island. Thank you very much. It's crazy. What? What? What are you doing here? What are you doing here? What? 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 Sie sind schon eine Weile im Land. Ach, herrlich, es ist mir leid gewesen. Guten Abend, hallo, ein... Ich bin der einzige, der ein gerades Gesicht hat... Ich weiß, was ein gerades Gesicht ist, aber okay. Wir sind zurück. Wir sind zurück auf der Insel. Du bist zu Hause. Ah, wir haben so richtig gespielt, Leute. Es waren so schöne Stolten, Leute. Es waren so schöne Stolten, finde ich. Aber auch ein bisschen traurig ist es durchgesetzt. Ein bisschen traurig. Ja. Nani. Hm. Okay. Ich darf das Lied nicht zu lange als Mediapro-Musik benutzen. Ja. So. Warum kann keine Gefühle... Ach so, ach so. Alles gut, Nico. Das kommt noch irgendwann mal. Ja, wir haben so richtig gespielt in Kindermats 3. Äh, muss ich mir noch kaufen. Und das gibt es dann auch irgendwann mal, ne? Da frage ich mich schon drauf. Und was wir jetzt machen werden, ist, ähm, ich würde sagen... Wir machen jetzt das Laufband, bevor Ragnarok anfängt. Ähm, bevor Ragnarok anfängt, machen wir jetzt das Laufband. Das heißt, wir gucken ein paar Sachen an. Äh. Und dann... Ich mag keine Gefühle. Na, na, warte, warte. Nur, Nico, das kommt noch. Das kommt noch. Keine Sorge. Hm. Ich muss auch eben die... Hm. Die Stunde. Ich versuch's. Jetzt. Hm. Wir haben jetzt die drei abgeschlossen heute Mittag, ne? Die Postkartenverlosungen. Jetzt kommt hier. Check bestimmt Tweet. Wenn ihr ein Tweet habt, dann, ähm, bitte raushauen. Wenn... Wenn nicht, dann gibt's halt einfach nix da. Ist halt... Ist halt so. Und die beiden... Die beiden Requests hier, die werden dann nach dem Stream folgen. Dann mach ich extra Channel aufführ. Und dann, ähm, ja. Ja, du... Müsst damit überlegen, okay. Wenn irgendwas Brauchbares kommt, äh, dann... Machen wir alles. Ähm, ich hole mir etwas zu trinken. Ja. Vielen Dank. Ich mach erst mal ein Video an. Für uns, damit wir nicht hier als Mix haben. Mal gucken, was wir hier so haben. Ah, guck mal, neues Supervideo. Ich bin 14 und das ist... Ich bin 14 und das ist... Tiefgründig, Jan. Oder, äh, das ist tief. Oder, I'm 14 and this is deep. Und davor, ich hab jetzt auch einen eigenen Subreddit. Er slash furt es und zeigt mir eure Memes. Würde mich freuen. Wir haben schon ein paar Mitglieder und echt interessante Sachen. Also, in etwa zwei Wochen will ich dazu ein Video machen. Beziehungsweise vielleicht auch einen Stream und das in Video. Der Einzige, der dich retten kann, bist du. Mie. Mie, Mie, Mie. Das ist normal. Also, ohne dieses Bild wäre es sogar cooler. Diese Mies sind mir echt zu viel. Vor allem im Anime sind das Freunde oder Manga. Wenn du was ändern willst, das fängt immer mit einem selbst an. Also, es ist nicht komplett falsch. Irgendwo muss man anfangen. Das wichtigste Ding im Leben ist aufzuhören zu sagen, ich wünschte. Und einfach zu sagen, ich werde. Nö, nichts ist unmöglich. Außer das Bild, was gezeigt wird. Haha. Steh dir vor, da fährt ein Rollstuhlfahrer ein...